Ciao Leute! So, jetzt kann ich die Waffe aufnehmen, endlich. Das ist Fakt. Ein Sammlerstück war da. Ganz wichtig. Auf 3... 1... 2... Fuck it! Er schuldet uns dein Leben. Was... Was ist los? Was hab ich gemacht heute? Nein, er stirbt! Aua! Ja, wieder raus! Stirb du Scheiß! Zombie! Behindert am Wichser! Hm, Geld. Ach man. Drück leer um diese Filmsequenz zu überspringen. Nö. Wo hast du denn hier Waffen gefunden? Da ist nur irgendwo ein Paddel direkt neben der Tür. Ach so, okay, danke. Dann der Hilfe... Ah, da! Wie konntest du denn übersehen? Ja, ja. Ja, ich hab's auch übersehen am Anfang. Akt 1. Ich glaub jetzt müsste ich dann... Ne Spielelobby machen können danach. Drücke leer um diese Filmsequenz zu überspringen. Nein, mach ich nicht. Nein, ich muss dir einfach helfen, ey. Ich bin auch nur ne komische Asiaten, ne? Ich glaub ich. Klar, die Asiaten sind... Xiong. Aua, Pia, verreckt! Bam! So, du da kommst her. Ja. Tja. Nein, und sie töten ihn nicht. Sie töten ihn nicht. Sie töten ihn nicht. Oh, war das? Wo war das? Volkan kann schon was machen. Ich bin auch in einer Seersequenz. Da können wir erken. Grün-Rausferung. So. Jetzt müsste ich mal gucken. Spielelobby. Okay. Ah, ich kann hier dann eine Einladung senden. Mhm. Jetzt muss ich nur warten, bis du da bist, irgendwie. Sagt mir, wenn der Prolog fertig ist. Naja. Ah, das ist alles nur ne Fernseh-Reality-Show. Ja, logisch. Hä? Das ist nicht Dead Rising. Der Typ, der da sitzt an den ganzen PC. Ist das auch logisch. Das ist der Produzent. Ah, okay. Das hätten sie dann aber schon hard von Left 4 Dead nachgemacht. Finde ich also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn das wirklich so wär. Weil Left 4 Dead ist ja eigentlich alles auch nur ein Film. So, ich bin jetzt hier am rumlaufen. So, ich bin jetzt hier am rumlaufen. Gut, gut. Dann, warte, dann geh jetzt mal auf Spielelobby. Okay. Geh dann oben rechts auf Freunde und guck mal, ob du mir, ähm... Ich kann dir einfach beitreten, weil das ist ja schon da oben. So, ich bitte. Ey, nein, nein! Da kommt... Ach, verdammt! So ein behinderter Wichser ist in meinem Spiel gejoint. Ja, wieso hast du auch nicht eingestellt, dass das öffentliche Pette null? Boah, das ist blöd, ey. Jaaa. Ich hör dich doppelt. Ich hab Echo. Ich hab Echo. Okay. Hau ab, man! Wir wollen dich hier nicht. Weißt du, hättest du eingestellt, dass das öffentliche Pette null? Hatte ich, hatte ich. Das hat sich zurückgesetzt. Ja, ja, immer. Immer alles aufs Backschieben. Hau ab hier! Was ist denn jetzt? Ja, ja, lass abbrechen. Ey, du bist auf YouTube, ja? Ja, lass abbrechen und neu reingehen. Gut, bis gleich. Okay, bis gleich. So, weiter würde ich sagen, ach halt doch die Fresse, jetzt lass da rausgehen los. Jetzt lass da reden mit den Dominiks und so. Nicht. Ah, sie nein, so. Ah, ich rede mit ihm. Ich auch. Echt? Ja, jedenfalls sie ist im Untertitel. Ja, also, das sage ich, ja okay. Ja, lass mich doch. So, mal sehen. Fähigkeiten ansehen. Fähigkeiten ansehen. Ah, du bist auch... Ich glaube nicht. Ähm, mein... Die hat sich gerade eine... Ein schwarzes Papier angeschaut. Okay. Okay, ich spiel's wohl. Ich spiel's wohl noch. Sehr verpackt. Oder es war zu dunkel. Oder es war zu dunkel. Oder es war zu dunkel. So, Fähigkeiten. Das ist ja der natürlichsten Fähigkeiten. Nein, um mit Feinden in der Nähe schnell verletzt zu werden. Klingenkämpfer. Scharfe Waffen sind und effizienter Effekte, die wir erleben. Ja, Klingenkämpfer muss ich auch nicht wählen. Ja, hau rein hier. Bla, bla, bla. Schaust auf die Schiffe. Ja. Ja. Dann genau auf den Kopf zielst. Geil. Das ist ja voll brutal. Noch... Habe ich noch mehr Punkte? Ich glaube nicht, oder? Ne, hab ich nicht. Gut. Zurück. Kann ich hier eigentlich auch blocken, oder? Bestimmt. Muss gehen. Quests. Ja. Irgendwas, wo man nicht blocken kann, ist echt schlecht. Nee, Spaß. Ohne die Rettungsschirmaturm. Ich geh jetzt. Ja, des... Verstehen... Warte doch mal. Ich hab hier die Quests angenommen. Ich weiß gar nicht, was das geht. Tschüss. Geh raus. So. Ah, wie schön. Ja, okay, geht. Wo bist du denn hin? Hinter dir. Achso, du warst gerade irgendwie weg. Zum Handel einladen, komm her! Nö, weg ist das. Ey, ist das von Steam, die neue Option? Also wenn ja, weil das ja echtes Spielchen hat. Weitenspiel abgenutzt. Ja, dann lass mal zum Handel einladen. Hier warten, bis Handel akzeptiert wird. Gut. So, mal sehen. Was hast denn du? Okay. Also, ich hab hier ein Besenstiel abgenutzt. Ist das genial. Ja, ich geb heute 20% auf alles. Kommst du jetzt, morgen sind wir nicht mal da. Oh, okay. An dem nicht. Ja, ich geh mal ohne Schwimmen. Hey, das wollte ich auch. Ah, wie schön es hier ist. So. Ja. Ja. Ja, open world. Ne, ich geh da mal weg. Nicht, ich folg dir einfach mal. Obwohl ich aber eigentlich nicht, dass er als Zombie hierherkommt. Naja, stimmt. Lass mal zu den Äußerungen gehen. Ich wette, da ist doch Zivilisation. Ähm, du weißt schon, dass das so ein bisschen dauern würde. Ich würd mal sagen, wir laufen jetzt einmal ausnahmsweise in die normale Richtung. Ich glaub schon, ich krieg Seefahrzeuge. Ja, hab ich gesehen im Gameplay, kannst du clausen oder so. Ich hab's gesehen bei Tastenbelegung aussteigen, das muss ja irgendwie Fahrzeug sein. Da, hier. Hä? Ja, das geht, als ob das Auto funktioniert, guck dir's doch an. Wieso denn, das ist doch wunderschön. Ja, natürlich, aber es sieht sehr wunderschön kaputt aus. Ja, nur weil das voll ist und offen ist. Naja, stimmt, du hast recht, das sieht eigentlich optimal aus. Ah, Geheimnisse gefunden. Was ist ne Toilette? Ja, da waren voll die interessanten Sachen drin. So Briefe und so über irgendwelche Leute. Ich kann nicht keine Badehose. So, ich zieh mich eben um. Äh, und die Spanne. So, komm, lass, lass einfach da hinten hingehen. Ja, together. Warte mal, habe ich jetzt hier eigentlich Waffen wechseln oder so? Eins, zwei, hm. Ich hab nur eine. Okay. Aha, wie geil. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal hierher. Warte. Wie dumm sieht Destin aus? Was, Pandas? Pandas? Ja, ich trau das. Ey, jetzt ist laggy irgendwie der Ball. Keine Ahnung. Wir haben einen laggy. Da unten stand Pandas. Hier stand Pandas oder nicht? Oder hab ich wieder verlesen? Irgendwo stand Pandas. Da. Achso, Pools. Also. Pools, Pandas, ja. Besenstab genutzt. Ja. Besenstiel. Hollander ist ein bisschen umschauen hier. Werden da nicht direkt sterben. Was haben wir denn da? Energy Drink. Ja, trink halt direkt. Naja. Muss man ruhig behalten können. Ich geh surfen. Tut mir leid. Aber ich muss. Boah, Mann. Da ist ich jetzt voll Bock auf Urlaub irgendwie. So Strand. Bisschen rumliegen. Nichts tun. Ja, ja. Zombie. Ich helf dich. Hab ich dich geschlagen? Ich weiß nicht, wie es geht. Bäh, hau einer kaputt. Ist ja ekelhaft. Hm. Ah, scheiße. Wenn ich die Leiche haue, geht meine Waffe auch kaputt. Mann, jetzt komme ich hier nicht langweilig von den Pfannen geblockt bin, ey. Haha. Binder der Zombie. Schweres Rohr. Ja, Alter, muss halt rein. Alles das? Schwache haben, aber willst du ihn haben? Hm, ja. Okay. Haben wir schon verkauft, nirgendwo? Nein, nein. Ich brauche noch eine zweite Waffe. Wie wechsle ich Waffen überhaupt? Ja, im Inventar wahrscheinlich. Aber wir rüsten jetzt da nicht bei Escape irgendwie. Ah, Rausch. Na gut. Ja, was auch. Ja toll, ich habe ein... Ah, hier. Dann ausrüsten drücken, oder wie? Nee. Ja, ich habe schon zwei ausgerüstet. Hä? Nee. Seife habe ich dabei. Muss... Brauche ich unbedingt. Muss dich ja waschen hier. Ich gehe mal weiter. Ähm. Wackelt dein Typ auch immer so komisch? Nee. Ich weiß, ich... Ich weiss... Ich hab irgendwie nen Hammer, aber ich weiß nicht. Ja, ich habe voll Probleme hier rumzulaufen, so normal. Das ist doch ein Wackeln. Oder? Nee, das ist nicht laggy, das ist einfach so wackelig irgendwie, egal. Bei mir nicht, bei mir geht's. Obwohl, müssen wir eigentlich. Okay, liegt wohl an der Mauseinstellung oder so, ach egal. Komm, das werden wir da rennen, wilde Zombies töten. Und die Leute da retten, ja das auch. So, ich wette gleich kommen, 20 Milliarden Zombies und töten uns. Bolzen. Ah, okay. Du kannst überall reinschauen, ne, Nägel. Aha, Zombie. Ja, tut mir mal, ich komme hinterher. So, draufhauen, danke. Und noch ein paar IP bekommen. Der Zombie sieht lecker aus. Okay, gehen wir zu den Lifeguards, zu den Pools oder zum Hotel oder einfach nur da lang? Ach komm, los Pools, bisschen chillen. Wir sind doch die Gangster. Ja, vor allem ich. Das sollten sie mal abschneiden hier. Was? Ja, die Hecke da, die ist ein bisschen im Weg. So, was ist denn hier? Jetzt Wasserrutsch, geh hoch bitte, bitte. Ach man. Hm. Fail. Hey, ich will auf die Wasserrutsche, ne, jetzt ernsthaft. Ah, Zombie. Ja, ja, ich habe mir ja auch einen Energydrink. Mal draufhauen. Mein Paddel geht bald kaputt. Ja, ich habe noch ein bisschen Schille hier. Ja, wie viele Energydrinks willst du noch schlucken, hä? Alkohol. Ich habe Alkohol aufgenommen. Ah. Ach, ums, 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 bis man aufbricht. Okay, Hauptsache, die gedauft. Ne, egal. Am Anfang. Kraftlose Holzknüppel. Hm, okay. Ähm. Komm, nimm dir auch mal ein paar Alkohol. Geh mal her. Ja, und das packst du ein, aber Energydrinks säufst dir wie verrückt. Hä, wie mache ich das, dass ich den Hammer ausrüste? Keine Ahnung. Achso, dann. Soll ich dich draufschlagen? Ah, jetzt habe ich's raus. Mann, geht's. Du kannst, dann musst du erst auf den Hammer doppelklücken, oder auf das Dingens, auf das was du ausrüsten willst. Hm, gib mal Energydrink. Und dann hast du einen freien Inventarplatz irgendwie. Was ist denn hier? Dead Islander, war ja klar. Was? Dumm. Die dummen Easter Eggs hier drin. Ja, hier, Dead Islander, die Biermarke. Ah, lol. Ja, hier schwimmen schon ein paar. Aber wer war denn da? Ach, ach, das ist ein Weg noch. Das war, das war gerade cool. Du hast geschlagen, und ich habe Energydrink gesoffen. Cool, ja, toll. Meiner, 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 Ich komme nur hinterher zu Steal nach, verdammt. Nein, niemals. Sechs Dollar werden mir gehören. Scheiße. Komm, lass jetzt mal. Ah, Vorsicht! Wow, da bin ich jetzt geschrocken. Meiner, 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 meiner. Ach, du hast was dabei, oder was? Ah, Bruch. Ich habe extra schön viel AP bekommen, ey. Bruch. Mhm, ich habe fast gebrochen. Du hast ihn in sein Herz gebrochen. Da hinten, da hinten, da hinten bei der Rutsche, bei der Rutsche. Ja, wir rutschen. Du darfst nicht rutschen. Das ist, das ist, das ist bezahlt, ja. Die Rutsche ist nur für Kinder bis zu zwölf Jahren. Ja, darum willst du auch rumrutschen, oder was? Ähm, ja. Hm, ich auch nicht. Ich habe die Sondergängsterrechte, ich darf das. Ey, guck mal, die machen hier Party! Oh mein Gott. Oh lol. Ich habe den Arsch gebrochen, glaube ich. Ich habe den Arsch auch gebrochen. Ich habe den Arsch auch gebrochen.